Ja, wie in den letzten Tagen schon angekündigt, geht es heute mal wieder hier schön entspannt an die alte Festung auf Hecht. Denn es schien doch so, beziehungsweise es hieß, Alden hast du schon gesehen, Hechte sind jetzt schneller maßig. Also sind jetzt oder sind schneller im Chat drinne. Und wenn ein Hecht schneller im Chat drinne ist, dann müsste er auch mehr Kohle bringen. Wurde da etwa was an den Hechten geändert? Bringen die Hechte jetzt mehr Cash? Ja, und weil wir das ja als Thema schon in den letzten Tagen hatten und ich auch schon gesagt habe, ja Alden, dann teste ich doch mal demnächst wieder alte Festung. Dann habe ich gedacht, komm, guck sie mal, wo geht denn da gerade was? Und da war hier gerade tatsächlich ein Spot im VK für Hecht. An der alten Festung. Und das hier mit einem Köder, der vielleicht gar nicht so populär ist. Und ich bin mir auch noch gar nicht so sicher, ob ich da dranbleibe, weil das schon so ein bisschen tricky ist. Es geht ja auch immer gerade bei Wobblern und Hecht. Und ja, da muss man natürlich auch immer darauf achten, wie ist die Tauchtiefe. Das macht das Ganze äußerst tricky, dass man dann eben richtig durchzieht oder richtig eben hier in das Twitchen reinkommt. Da müssen wir ja reinkommen, damit das hier auch funktioniert. Und da geht es halt immer darum, um die Tauchtiefe. Manche Wobbler, also grundsätzlich gesagt, was richtig gut funktioniert. Da ist er, 1,4. Ich nehme erst mal alles mit. Mir ist gerade komplett wurscht, wie viel die alle wiegen. Wichtig ist jetzt gerade, sammeln, 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 sammeln. Und dann gucken wir nachher rein, was bringen die an Cash. Und dann werde ich schön nochmal in alte Listen und alte Posts und Beiträge gucken, wie viel die damals gebracht haben. Also vor Monaten gibt es da wirklich eine Veränderung beim Hecht. Macht es jetzt mittlerweile Sinn? Es gab eine ganz, ganz, ganz lange Zeit, wo Hecht einfach der absolute Burner war. Da wurde Hecht mal eine Zeit lang ein bisschen geboostet, rein Kohlemäßig. Und dann hat sich Hecht aber auch anders gut gelohnt. Gerade die hier, schade, knapp unter 3. Gerade die ab 3 Kilo, die hier waren dann richtig, richtig nice. Und das ist natürlich jetzt die Frage, kommen wir da jetzt gerade wieder hin? Also ich weiß, dass ich mit meinem Hauptaccount hier noch ewig, ewig, ewig und immer wieder richtig viel am Ladoga-See zum Beispiel war. Und da auf Hechte gegrindet habe. Wie so einen Wilden, weil Hecht einfach komplett lohnenswert war. Und daraufhin hat es ihr auch damals noch gelohnt, sich eine Jerkbait-Route extra zu kaufen, die eigentlich nur für Hecht war. Jerkbait komplett nur für Hecht. Mittlerweile Jerkbait komplett nur noch für... Keine Ahnung wofür. Ja, natürlich für Hecht. Ja, da gehen auch mal andere Fische drauf. Aber essentiell und wichtig? Ne. Also Jerkbait, keine Ahnung. Wobei, ich kann mir auch gut vorstellen, hier gleich nochmal mit Jerkbait durchzutesten. Im Moment bin ich hier... Wer hätte es gedacht, relativ simpel. Und zwar recht mit Level-freundlich. Einsteigerfreundlich Hecht. Das geschulte Anfängerauge erkennt sofort allen. Das ist doch die Karma Mächter, aller. Das ist doch die Route, die ich mir selber erst gerade noch vor kürzlich noch geholt habe, um erfolgreich auf Hecht zu angeln oder am Kororik. Richtig. Das ist die Karma Mächter, die man quasi, jo, auch so im Level-20-Bereich sich sensationell leisten kann. Mit einem affengeilen Wurfgewicht. Und damit geht es dann bis hin zur Yama. Ja, es gibt ein extra Video, da nennt sich das Ganze Yama-Set-Start. Es gibt aber natürlich auch ein Video, und das verlinke ich direkt mal, Hecht-Start-Alte-Festung. Auf jeden Fall mal reingucken für die Basics. Zack, 4 Kilo. Das ist nice. Das ist richtig gut. Das heißt, ich gehe jetzt hier nicht gerade mächtig auf die Basics ein, sondern wenn ihr die Basics noch benötigt fürs Hechtangeln. Und so, wann beißt der, welche Uhrzeiten und so weiter und so weiter, dann da auf jeden Fall mal reingucken. Ich bin gerade ganz froh, ich ziehe jetzt hier einfach mal raus. Ich weiß ja nicht genau, wie und wo geworfen wurde, wo man hier genau fängt. Aber ich teste hier jetzt einfach mal, ich würde sagen, gleich mal zwei Stellen. Einmal diese Stelle hier. Scheint gerade ganz gut reinzuballern. Ah, nicht ganz zumachen. Scheint aber gerade richtig gut zu gehen hier für ein Hecht. Sensationelle Größen. Das macht gerade richtig Spaß. Auch Kohlemäßig. Und die zweite Stelle zeige ich gleich auch nochmal. Das ist die Stelle aus dem Tutorial-Video oder Hecht-Start-Alte-Festung-Video. Die geht halt auch immer wieder. Da muss man auch immer wieder hin. Wir sind hier unten, wer es noch nicht erkannt hat, an der Brücke zum Fuß. Also ganz unten rechts auf der Map von der alten Festung. Und dann geht es immer da vorne so hin. Ich versuche jetzt hier gerade diese Schilfkante abzuwerfen. Zack, Instant Biss. Auch nicht schlecht. Instant Biss. Ah, ja genau. So ein 700 Grammer hätte ich noch gerne. 700 Gramm Hecht. Sollte auch, schade ist weg. 700 Gramm ist immer der erste maßige. Das wäre jetzt ganz nice, um einfach nur zu wissen, wie sind die Preise? Was hat sich beim Hecht tatsächlich geändert? Bis hin zur Trophy. Davon, ja das wäre natürlich Bonus nice. Wäre natürlich mega gut. Aber das ist, ja ist jetzt nicht so. Ich meine jetzt habe ich hier schon ein paar ganz schöne Brocken dabei. 4, 6 und 8 Kilo. Das ist schon nice. Ne, da gucken wir gleich nochmal rein. 3, 2, genau 3 wäre nochmal gut. 3 Kilo wäre wichtig. Das ist immer eine ganz gute Summe. Denn es gab eben, oder es gibt eben auch immer wieder Kaffeeaufträge. Fange 2 Hechte mit 3 Kilo. Und da ist dann natürlich auch die Frage, wenn die Hechtpreise sich geändert haben, haben sich die Kaffeeaufträge geändert. Dann gab es am Ladoga See, fange 3 Hechte mit einem Gewicht von 7,5 glaube ich. Das war schon ein richtig schwieriger Auftrag, der aber auch übelst die Kohlen gebracht hat. Also das ist halt jetzt die Frage, ist das wieder... Tja, ohne große Ankündigung oder sowas wieder so zurückgekommen. Sowas wird ja auch eigentlich selten angekündigt. Schon manchmal, wenn da ein bisschen was überarbeitet wurde. Ja, da gibt es so kurz so einen Hinweis. Aber eben nicht so im Detail. Also es kommen halt nicht irgendwie die Details von RF4, wo dann gesagt wird, ja, ein Hecht ist maßig ab so und so viel Gramm. Ein Hecht ist in Chatgröße. Also das heißt, in dem Moment, wo der im Chat aufplöppt mit so und so viel Kilo. Also diese Infos kommen halt immer nicht. Genauso wie eben auch keine Infos da sind, ab wann was Trophy ist. Das ist ja alles Community-Arbeit sozusagen. Das heißt, da suchen wir uns halt zusammen. Wir schreiben das dann in Listen und tauschen uns darunter aus. Und so läuft das Ganze. Ja, grundsätzlich zum Hecht. Natürlich hier Morgenstunden. Das ist die Primetime. Auch gerne mal bei leicht verregnetem Wetter. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen Gas geben. Ich versuche mal jetzt so bis zur Mittagszeit, das hier so einigermaßen durchzuziehen. Und ich glaube, ich teste auch nochmal. Ja, es ist ein bisschen tricky mit diesem Köder. Das hier ist der Köder gerade. Und ich teste aber auch hier nochmal eben einen anderen Klassiker. 15, nee, machen wir mal einen kleineren. F11 erst mal, Ete hier. Auch ein absoluter Klassiker. Wie fliegt der? Ja, das geht doch schon. Und dann ist eben die Frage, passt das gerade? Ja, von der Optik, ne? Was halt für alle Kunstköder immer zählt. Und das ist, glaube ich, wurscht. Also ich würde sagen, sogar bis hin zum Nordmeer, wo man das wirklich merkt. Farben und Formen ändern sich immer wieder. Also die Vorlieben der Fische ändern sich. Und dementsprechend haben die dann immer mal wieder andere Vorlieben an Farben und Formen der Kunstköder. Und das, würde ich sagen, ändert sich dann auch nochmal mit den Wetterunterschieden. Das heißt also, wenn irgendwo mal ein Beitrag steht und man geht dann einfach hin und denkt sich, boah, geil, Alter, da ist ja ein Beitrag. Das kopiere ich einfach wieder eins zu eins. Brain off gestellt. Einfach eins zu eins kopieren. Jetzt gehe ich da hin, probiere den Spot. Ich fange hier überhaupt gar nichts. Was ist da los? Komplette Scheiße. Ja, dann liegt das daran, dass vielleicht das Wetter ein Unterschiedliches ist oder es sich schon wieder ein paar Tage vergangen sind und die Fische wieder andere Vorlieben haben. Grundsätzlich, wenn solche Spots da sind, sind die auch später immer noch da. Aber halt die Vorlieben der Fische, die ändern sich. Das ist halt der Knackpunkt. Also als pfiffiger Angler geht man natürlich nicht nur mit einem Köder dann an so einen Spot, sondern testet dann fünf, sechs verschiedene Farben, verschiedene Führungsmethoden. Was wir zuletzt an der Yama auch wieder festgestellt haben, ist, dass momentan eher so Jig-Führung triggert und weniger dieses Durchleiern. Also im Moment ist so Stop and Go oder so Jig oder so ganz langsames Jig, also noch nicht mal mit Führung, ist momentan wohl an der Yama noch mal besser. So, jetzt bin ich hier gerade durch. Im Moment scheint es so, als ob Rot Prio hat. Und jetzt gehe ich aber erstmal noch zum anderen Spot. Gucken wir da noch mal eben rein. Denn hier ist es auch immer richtig, richtig nice. Kleiner Nachteil hier sind diese Pümpel, die abgestorbenen Bäume, denn da vertüttelt sich natürlich auch immer gerne unser Wobbler dran. Das heißt, da müssen wir wirklich aufpassen, wenn wir hier durchziehen, aber das hier ist die absolute Hecht-Area. Absolute Hecht-Area. Ich gehe nochmal zurück auf den 60er. Wobbler, da ist er. Zack. So, gucken wir mal. Okay, der ist sehr leicht, den muss ich gleich ein bisschen weiter rauswerfen. Und ich ticke den halt auch nur ganz kurz an. Hier sieht man es, glaube ich, nochmal ganz gut. Also, der geht runter, der geht wieder rauf. Und genau das wollen wir. Aber es muss eben auch, es muss eben auch eigentlich, genau das wollen wir. Es muss eigentlich auch noch weit genug gezogen werden, damit eben zusätzlich das Twitchen da steht. Der ist gar nicht mal so groß, der Köder. Aber dafür zieht er schon ganz gut richtig hier ran. Nicht schlecht. So, jetzt vorsichtig ziehen. Also, gerade so ein Ding hier mit 8 Kilo war doch nicht verkehrt. Und jetzt nochmal gucken. Also, wie gesagt, die Führung hier ist einfach das, ja, das Trickigste, das Gefährlichste, um zu gucken, läuft der Spot oder nicht oder der Köder oder nicht. Im Moment mache ich es gerade nur mit Tempo 50 und Shift und nicht mit der rechten Maustaste. Denn die rechte Maustaste zieht den Köder halt übelst runter. Da hinten ist es noch tief. Das ist natürlich, da geht es noch. Aber wenn man hier vorne halt ankommt, dann kann man eben nicht wusch, mit der rechten Maustaste mal eben die Route rüberziehen, damit der Köder richtig schön nach unten geht. Dann gräbt er sich ja quasi in die Erde hier rein, weil er es eben so flach ist. Deswegen eben nur mit Tempo 50 und einer ganz leichten Bewegung. Zack, da ist schon der Biss. Einfach nur so ganz locker runterdippen immer wieder. 4 Komma, sehr gut. Und gucken, dass der an der Oberfläche immer wieder schön hoch geht. Deswegen ist es eben auch wichtig, dass wir hier F-Wobbler nehmen. Floating-Wobbler und nicht die F-Wobbler. Egal welche Farbe und so wir uns aussuchen. Da sollte ein F vorstehen. Und dann lübt das auch. Wenn ihr jetzt irgendwelche Köder habt mit einem S davor, dann könnt ihr die direkt weglassen. Die kann man vielleicht zum Schleppen nehmen. Die sinkenden Wobbler. Aber deutlich besser klappt das eben hier gerade für Hecht mit dem F. Schwimmend Floating, weil die eben wieder schön nach oben treiben. und in dem Moment, wo sie oben hochgetrieben sind, zack, kicken wir sie wieder runter mit einem kleinen, ja, perfekt, mit einem kleinen Schub nach vorne. Das ist natürlich ideal. Ich nehme auch gerne jetzt gerade die kleinen mit. Ich hätte aber gerne einen mit 700 Gramm oder so. So annähernd 700 Gramm wäre schon nice. Um ungefähr zu kriegen, den Wert rauszukriegen, wurden die Hechte gebaft oder nicht. So, wir sind zurück in der Base. Ich habe jetzt noch ein bisschen durchgezogen. Wir gucken gerade mal rein. Es ist gerade kein Kaffeeauftrag drin, aber wir gucken jetzt mal eben hier kurz nach den Pricen. In Gänze haben wir jetzt hier in Fangzeit drei Minuten zurück, also sagen wir mal grob 15 Minuten, fast 200 Silber gemacht. Das ist krass. Das ist mal krass. Und jetzt muss ich mal eben was vergleichen. Haben wir was Vergleichbares? Ja, haben wir. Also, wenn wir das vergleichen mit, was habe ich hier? Wir haben hier einen Spot im Discord vom 7.11.23. Ist also jetzt schon einiges her. 7.11.23. Ich vergleiche hier mal den 8 Kilo Hecht. 8,5 mit 45 Silber mit 8,1 43 Silber. Ich sehe da keinen Unterschied. Also, gleicher Preis. Gucken wir bei den kleineren Hechten. Gibt es da einen Unterschied? Ich gehe mal runter. haben wir hier irgendwas vergleichbares, kleines. Er hat hier zum Glück eine 800er. Hatte ich nicht auch einen 800er? 900er. 2 Silber 15 bei 800 Gramm. Ich bin bei 2,49 bei 930. Also, kommt auch ungefähr hin. Auch nicht wirklich ein Unterschied. Gucken wir bei, was haben wir hier? 1,5 1, was hat er hier? 2 Kilo hier. 2. Ziemlich genau gleicher Preis. Oh, warte mal. Da haben wir, glaube ich, eine Änderung. 2 Kilo Hecht. Da haben wir eine Änderung. Und zwar 2 Kilo Hecht vor Monaten noch 5 Silber. Jetzt liegt der 2 Kilo Hecht bei 11. Bei 11 Silber. 2,8 Haben wir noch irgendeinen Vergleich in der Nähe? 3, habe ich, glaube ich, nicht. Hat er irgendwo einen 4er? 3,6 zu 4,1 3,6 Ja, aber das ist immer noch ähnlich. Aber ich glaube, da sieht man den Unterschied. 2,9 Habe ich irgendwas hier? 2,9 zu 2,8 habe ich. 7 Silber 2,9 zu jetzt hier 15 Silber. Also, die Mittelklasse und das sind die Ja, weil sie wahrscheinlich eher im Chatbereich sind. Weil sie jetzt eher in Chatgröße sind als damals mit 3 Kilo. Das passt schon. Das kommt ungefähr hin. 3 Kilo Hecht damals 17 jetzt hier der 2,9 oder fast 3 Kilo 15 das ist doch ungefähr in diesem Bereich. Also, ja, es gab eine Änderung. Ja, Hecht macht jetzt und zwar in diesem Bereich hier um die 2 bis 3 Kilo maybe. Die Frage ist, wo ist genau der Sprung? Irgendwo hier wird der Sprung sein. Ist es vielleicht genau 2 Kilo? Ist es vielleicht 1,9? Da müsste man einfach genau nochmal so ein paar Fische mit mehr Abstufung fangen. Also, testen, testen, testen. Im Großen und Ganzen kann man aber sagen, Hecht ist wieder lohnenswert geworden dadurch, dass eben hier diese Größe deutlich mehr Cash macht. Also, doppelt so viel an Cash macht. Ziemlich genau sogar. Ja, wenn ich das vergleiche, das ist glaube ich hier mit der beste Vergleich, der 2,8 zu dem 2,9 oder beide fast 2,9. Das ist ziemlich genau doppelter Preis beim Hecht. Also, deutlich interessanter das Hechtangeln auch für Angler im Low und Mid Level Bereich. Da macht das Bock. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir, gefällt mir mega und dann sehen wir uns im nächsten Video oder live immer montags, mittwochs und freitags auf YouTube und Twitch um 19 Uhr. Petri. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.